Liebe Jury, vielen Dank für die Nominierung zum HR Innovation Award. Mein Name ist Leo Marose und ich bin einer der Gründer der Stackfuel GmbH. Mit Stackfuel können Unternehmen ihre Mitarbeiter zu Datenexperten ausbilden. Das passiert bei uns komplett online, berufsbegleitend und ist wesentlich günstiger als Präsenz-Trennen, die sonst am Markt verfügbar sind. Doch was macht unser Angebot eigentlich zu einer Innovation? Wir haben ein Data Lab entwickelt, in dem der Lernende alle Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt, die er zur Datenanalyse benötigt. Die Rechenpower, die Datensets, die Use Cases sowie die gesamte Programmierumgebung sind über den Browser abrufbar. Das ist unsere Lösung. Wenn Sie glauben, dass Daten das Gold des 21. Jahrhunderts sind und dass Unternehmen dabei geholfen werden muss, die Digitalisierung zu meistern, dann freuen wir uns auf Ihre Stimme zum Award. Vielen Dank.